Der Wissenschaftler Alaa Karis ist zum neuen Präsidenten Estlands gewählt worden. Der 63 Jahre alte bisherige Direktor des Estnischen Nationalmuseums erzielte im zweiten Wahlgang die nötige absolute Zweidrittelmehrheit im Parlament in Tallinn. Karis löst Kersti Kalliolite ab. Karis ist ein Molekulargenetiker und Entwicklungsbiologe. Als eines seiner Hauptthemen bezeichnete er Bildung.